um das mal zu illustrieren was ich mit dem anderen video meinte also leute hier erscheinen immer links könnt euch daran gewöhnen dass wenn ihr links erscheinen dann kann man hier drauf tippen oder man tippt hier oben in die ecke um ein i zu haschen und zu sehen und da verbergen sich dann andere videos dahinter also was meine ich damit nehmen wir mal an wir haben hier eine gruppe von schülern die sich zusammengesetzt hat und sich auch per whatsapp verbunden hat die machen keinen blödsinn also die schreiben sich praktisch wirklich nur wichtige sachen und der eine schüler der hat dann tatsächlich mal eine wichtige frage also der hat an denen eine wichtige frage lasst euch jetzt mal von den ip-adressen den ganzen kram und auch was hier rechts passiert überhaupt nicht ablenken sondern wir gucken uns mal an was passiert so dann sieht das so aus dann sendet er das praktisch in seine gruppe hinein jetzt kommt die technische umsetzung und alle wissen bescheid bis dahin nichts besonderes jetzt nehmen wir aber mal an dieser schüler kennt weiter entfernt einen den die anderen nicht kennen und hat sich mit dem auch verbunden und mal sehen was passiert wenn die beiden was austauschen und jetzt werden wir gleich sehen die beiden also wenn wir gleich sehen was passiert jetzt kommt wieder die ganze technische umsetzung dieses cisco packet tracer aha und die ganze gruppe weiß plötzlich dann gescheid so und die gruppe auch und darum geht es ja jetzt stellt euch vor das ganze passiert hier weiter und hier weiter und hier weiter und an allen ecken überall kennen sich ja doch noch leute na dann haben wir wohl glaube ich das erreicht was wir wollten gut ich hoffe ihr habt dadurch alles ein bisschen besser gesehen auch mal und bild sagt mehr als tausend worte und dadurch besser verstanden denn das verstehen das ist ja mein ziel und mehr möchte ich nicht das wünsche ich euch auch also macht's gut tschüss